So Leute, also wie ihr wahrscheinlich schon am Titel seht, bisher wohl was wir jetzt machen. Wir können euch einfach mal zeigen. Genau, wir haben ein bisschen was hier aufgebaut, vorbereitet, um alles einzufangen, diesmal mit zwei Kameras. Ja, extra zwei Kameras, mit der hier filmen wir das Blatt ausschließlich und die Kamera, werdet ihr gleich sehen, stellen wir nochmal so richtig weitwinklig auf, dass man alles sieht. Und ja, also um das auf den Punkt zu bringen, wir spielen heute nochmal diese Challenge aus zwei Gründen, weil ihr meintet, wir sollen das nochmal spielen, um das zu beenden. Und auch so, der zweite Grund, um unseren Seelenfriedenwillen, sage ich jetzt mal, um damit abzuschließen, kann man ja eigentlich auch verstehen. Genau, einfach weil ihr es wollt und wir es wollen. Es ist jetzt nichts mehr passiert, muss man dazu sagen, aber, keine Ahnung, es steht noch so offen im Raum, deswegen wollen wir das auf jeden Fall noch hinter uns bringen und diesmal versuchen wir es bestmöglich zu filmen. Genau. Und jetzt stellen wir einfach mal die Kamera auf. Jetzt wollen wir uns aber noch direkt vorab überlegen, was machen wir denn jetzt nochmal, wenn wir das Spiel beenden oder wenn wir es nicht beenden können. Ja, die Leute haben ja geschrieben, so oft fragen, Charlie Charlie, can we stop playing? Bis Jahr kommt. Und müssen wir dann noch was verbrennen? Nee. Dann sind wir einfach raus aus der Sache. Okay, wir googeln das jetzt nochmal, Leute. Ja, dann sollen wir uns nochmal kurz informieren. So Leute, ich habe mich dann gerade nochmal informiert, habe nochmal in die Kommentare von den ganzen Videos geguckt. Wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wenn wir das Spiel heute schaffen zu beenden oder wenn wir es auch nicht schaffen, das einfach damit beenden, dass wir das Blatt verbrennen, draußen noch auf dem Balkon und die Stifte dann durchbrechen, um den Dämon dann irgendwie loszuwerden, weil das irgendwie die Mehrheit von euch geschrieben hat. So und die Kamera, die stellen wir jetzt noch zusätzlich hier am besten auf diesen Stuhl mit diesem Minitiativ, dass man hier auch nochmal alles sieht. Alles sehen. Wir stehen dann da hinten. Wir stehen dann da hinten. Der Ventilator, der war gerade an, weil es hier sehr warm ist, aber der ist gleich aus. Also ich weiß jetzt schon wieder, dass die Leute schreiben, der Ventilator pustet das. Wir sind sehr weit vom Ventilator entfernt. Zeig mal, hier ist kein Ventilator drüber. Aber wir haben den gerade angemacht, weil uns warm war. Gut. Und ich diesen Pulli anhabe. So, ich stelle jetzt die Kamera ab und dann geht es halt los. Ja, fangen wir an. Ganz vergessen, die Stifte, das sind wieder dieselben und das ist auch wieder dasselbe Blatt. Also, in der Aufregung schon wieder vergessen. So, aber sei es wie es wolle, die Kamera wird hier jetzt festgeschraubt. So, jetzt ist halt die Frage, dass das nicht runterfällt. Ist doch sogar on. Hast du eine Klappe nach oben? Hä? Was hast du getan? Ach, irgendwie geht doch automatisch aus, Junge ist ein Bob, Leute. Ähm. Wo ist der Knopf da? Ja. Fragen jetzt auf Englisch und ich sage zusammen diesmal. Okay, zusammen. Okay, dann auf drei, ja? Zähl doch mal. Eins, zwei, drei. Charlie, Charlie, are you here? Also. Also jetzt. Ja, das war wohl eindeutig. Okay. Jetzt müssen wir gerade machen, ne? Mach du erst, hast da ruhigere Hände und da würde ich sagen, fragen wir direkt, ob wir aufhören dürfen zu spielen. Ah, fuck. Ja. Auf jeden. Also, wie ihr seht, wie ihr seht, hier ist nichts präpariert worden. Wir gucken jetzt wieder in die Bands, am Mann. Wieder auf drei. Charlie, Charlie, can we start playing? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Charlie, Charlie, can we start playing? Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Wir machen noch eins zu sicher. Wir machen noch eins zu sicher. Aber ich muss jetzt den Akku wechseln. Doch, im Moment besser. Der ist leer gegangen gerade von der. Ja, dann wechselt der Akku. Aber ihr habt ja alles gesehen. oder sowas. Wo ist der jetzt nicht im... So, Leute. Kurz neuen Akku geholt. Jetzt kurz wechseln. Ähm. Was sieht hier? Ach. So. Unberührt. Aber jetzt kurz hier. Akku ist tot. Dann fragen wir noch einmal. Ich beeile mich jetzt extra. Die Kamera fällt hier auch hin, mein Runder. Ach, das wäre schon. So. Das gibt der Vorricht. Ist das Warnwarn? So. Das sieht ja gut aus. Ah, so. Wir fragen jetzt nochmal. Die läuft noch. Die können wir direkt lassen. Aber wir müssen noch schnell rum. Ach, Gott. Schön ruhig. Oh, fuck. Das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Laufen beide so. Ja, hier läuft auch so. Die läuft auch so. Die läuft auch an. Die passt auch an. Das ist zu warm. Das ist zu warm. Das ist wie die Tose. Dann nochmal das gleiche. Auf drei. Okay, okay. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Charlie, Charlie, can we start playing? Okay. 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 Das müssen wir nur noch durchbrechen. Ich habe hier schon die Streichhölzer. Ja, super. Okay. 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 Ja. Das heißt, eindeutig hier. Jetzt müssen wir es geschafft haben. Sollen wir hier die Stifte jetzt durchbrechen? Ja. Oder sollen wir draußen durchbrechen oder hier? Nichts egal. Können wir es auch hier vor der Cam machen und dann zünden wir es draußen an. Ja, okay. Ja. Jeder ein. Jeder ein. Ja, warte. Gehen wir mal hier vor die Cam oder hier drunter können wir auch. Gleichzeitig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Was? Nein. Das habe ich jetzt geschafft. Jetzt noch dieses Blatt. Ja. Damit gehen wir jetzt am besten raus. Okay. Streichhölzer. Mach mal die Clare. Ausdruck. So. Ich hole jetzt das Blatt. Jetzt machen wir hier das Hole hoch. Ja. Wir müssen jetzt raus damit. Also ich will jetzt nicht noch riskieren, hier irgendwas abzufackeln. Oh. Alter, du musst das schon vorher drehen, ey. So. Geschafft. Da ist eine Marke. Raus mit dir. Okay. So. Na. Ich weiß gar nicht. Oh, es ist aber angenehme Temperatur jetzt. Ich würde jetzt sagen, wir zünden das jetzt einfach in die Mitte an. So, aber wir können das nicht einfach auf den Boden anzünden. Ich würde das in der Hand halten, das verkokelt dann und dann lassen wir es los. Du bist schon ein bisschen verrückt, oder? Äh, ich hätte schon gerne so eine Unterlage. Also Leute, wir gucken jetzt mal kurz, wo wir das verbrennen können, dann sind wir sofort wieder da. So Leute, wir haben jetzt hier so eine kleine Unterlage. Ach, nichts ist passiert. Ja, hier. So, ja. Halt du das mal kurz, würde ich sagen. Ich hoffe, es ist ein bisschen windig. So ist es direkt angekommen. Oh Leute, hier haben wir diese Scheiße. Jetzt müssen wir das noch verbrennen, Leute. Ja warte, ich stelle die Kamera für kurz auf. Ja. Wir können das ja auch eigentlich hier anzünden. Wir können das auch liegen lassen, oder? Oder soll ich es in die Hand nehmen dann lieber? Ja. Ja, das machen wir so. Nein? Ja. Ich weiß was passiert. Oh. Oh Gott. Ansonsten hole ich Feuer zurück. Ja, das ist wahrscheinlich zu kratzt. Jawoll. Wir haben es geschafft. Es geht. Es brennt. Was auch für eine Socke auf, ey. Ach so, okay. Da passiert jetzt nicht so viel. Okay. Feuerzeug, ja. Okay, ich hole ein Feuer zurück. Halt das genau in die Mitte. Soll ich so drunter halten? Ja, genau. Dann geht es schon hin. Okay. Ja. Passiert das. Jawoll. Oh Gott. Also Leute, wir verbrennt es. Boah, genau in der Mitte brennt es durch. Das ist krass, Leute. Wow. Oh. Ich versuch das genug. Wow. Was ist los, ey? Oh. So lassen wir das jetzt. Shit, Junge. Nicht, dass ich das in... Ja, okay. Ja, das sieht nix. Wir haben es geschafft, Leute. Alter. Das hier ist noch übrig geblieben. Schufe Cook. Oh Gott. Das ist ja Staub. Ja. Wait, yes. Ja, das wird sich kaum noch entzünden. Ja, das geht nicht. Aber jetzt ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist geschafft. Damit konnten wir das Spiel endlich beenden. Jetzt ist diese Last irgendwie von einem weg. Vor allem das Verbrennen. Ich bin kein Feuerteufel, aber das war jetzt so... Das hat Spaß gemacht. Ja, das war so... Damit haben wir uns endgültig, glaube ich, davon gelöst. Okay, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Haut rein. Haut rein, Leute. Ciao.